Ja, das ist jetzt das letzte Video. Ich habe jetzt für euch zumindest vorgesorgt. Es müssten jetzt genau 18 Videos sein. Das heißt, für die ganze Zeit, bis es mein Geburtstag, habe ich vorproduziert. Ja, ich habe genug vorproduziert für die Zeit danach, falls ich dann nicht reden kann. Und ja, ich habe euch endlich mal meine ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich euch alles erzählt habe. Weil ich habe euch jetzt einfach nur mal das, was mir auf die Schnelle eingefallen ist, alles erzählt. Und ja, ich habe aber noch so viele Geschichten, die ich euch erzählen kann, die einfach zu kleine Begebenheiten. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch viel vor uns auf diesem Kanal. Aber jetzt könnt ihr euch ungewiss, wisst ihr, wie mein Leben bisher so war. Und von jetzt an erlebt ihr mein Leben live mit. Das ist ja auch was. Und ja, ihr werdet sehen, wie ich größer werde, wie ich reifer werde, wie ich mich weiterentwickele, was aus mir wird. Und ganz ehrlich, ich bin gespannt auf diese Zeit. Wundert euch übrigens nicht, dass es eine riesen Playlist gab und die Videos nach und nach rausgekommen sind. Es war einfach so, weil ich eben, wie gesagt, für euch für die ganze Zeit was haben wollte. Und ja, das habe ich jetzt geschafft. Bin ich froh drum. Mami, ich habe es geschafft. Ich habe echt für die ganze Zeit vorproduziert. Ja, Vorsicht, der Leo schraubt direkt hinter der Tür. Ja, das Haus steht weg und da ruft man halt plötzlich mit Schwung. Ja, warte mal, ich versuche mal herzulocken, dann kannst du rauskommen. Ja, guck mal her, guck mal, guck mal, guck mal, jetzt ist er weg. Ja, ich habe es geschafft. Boah, ich habe auch alles erzählt. Tja, das war eigentlich jetzt alles. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meiner Lebensgeschichte denkt oder erzählt mir ein bisschen was von euch. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmentoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann übrigens jetzt. Ihr seht mich, ihr habt mich die ganze Zeit gesehen, aber ich sehe euch jetzt erst wieder Mitte August. Wenn alles so funktioniert, wie geplant. Und ja, ich werde mich jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich ein bisschen schaller machen, aber ob so oder so, ich bin froh. Also dann, tschüss.